Hallo Liebe und ganz herzlich willkommen heute zum Türchen Nummer 9. Es ist so so spaßig, egal was ich hier auspacke, es sind so tolle Sachen dabei. Also wie gesagt, ich habe mich wahnsinnig über das Parfum gefreut. Das da ist auch so toll, das riecht so abartig geil, ja. Und heute packen wir Türchen Nummer 9 aus. Wenn ihr natürlich die Laura auch beobachten wollt beim Auspacken meiner Geschenke, dann geht doch gerne auf ihren Kanal. Alles ist in der Infobox unten verlinkt und natürlich könnt ihr alle am Gewinnspiel teilhaben, indem ihr einfach Abonnent meines Kanals seid und mir verratet in den Kommentaren, was für euch an Weihnachten so besonders ist, also was es besonders macht. Und da steht, das ist Päckchen Nummer 9 und das, Laura, habe ich auch noch nicht probiert. Also ich habe es mir immer vorgenommen. Das ist ein Samtschaum, Handwaschschaum und zwar von Sakrotan, Leute. Also wir haben uns ja nicht nur ein Beauty-Paket geschenkt, sondern auch Sachen, die wir wirklich benutzen und die wir benutzen können, sag ich mal. Und zwar ist das ein Samtschaum, Handwaschschaum, entfernt 99,9% der Bakterien mit Kirschblüte Rose. Kann man das aufschrauben? Wow, wie geil riecht denn das? Ich wusste gar nicht, dass es von Sakrotan so coole Schäume gibt. Vielen, vielen Dank, Laura. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was morgen in meinem Päckchen ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es das hier ist. Und wenn du ganz, ganz neugierig bist, dann sehen wir uns einfach morgen, zu etwa selben Zeit, wieder und schauen uns den Adventskalender an.